Halleschön Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kinemars Recoded. Riku! Ein Bug ist beseitigt, ich kann mich jetzt etwas freier bewegen. Hier werden in Erinnerung wach, was? Ja, hier hast du mir das erste Schlüsselloch gezeigt. Ich wollte, dass du den Umgang mit dem Schlüsselloch, Schlüsselschwert lernst und die Regeln der Datenwelt. Du wusstest, dass ich mich hinter dem Schlüsselloch dieser riesigen Gegner erwarten würde? Ja, tut mir leid, Zora. Für Aufwärmübungen war keine Zeit. Im Tagebuch hatten die Ersten und die Welle zwischen den Wellen bereits zum Einstürzen gebracht. Und nun begann auch die Welt, Wall zwischen der Datenwelt und der Realität unter den Bugs zu bröckeln. Ich habe das zu meinem Vorteil genutzt. Und Miki und die andere rübergeholt. Um den Eintrag im Tagebuch zu entschlüsseln? Dem Zier sind wir aber noch keinen Schritt näher. Ich hätte sie da nicht einfach so reinziehen dürfen. Ach, das macht doch nichts. Wir müssen sie nun wieder nach Hause kriegen. Zurück an die Arbeit. Okay, folge mir. Travers. Ein Back hast du beseitigt. Der Weg zur nächsten Welt ist nun frei. Okay, aber erstmal Status. Hier fehlt sogar LP. Was hat er denn? Luftrache. Okay. Attacke. Okay, und dann jetzt hier runter. Magie. Ja, okay. Kommando. Können wir uns das aufleveln? Ja? Nein? Okay. Computer doch zu neuen. Erstmal speichern. Ich glaube, da oben habe ich bis nach Traverse Town. Das war das Safe da oben. Ich habe keine Ahnung. Zuh, zuh. Okay. Frage, Frage, falls ihr seid betreten? Ich mache mich dann mal auf den Weg zur nächsten Welt. Die Bugs verbreiten sich schneller. Also ich dachte, seid vorsichtig. Werde ich. Zuh. Oh? Hm? Die Stadt Traverse. Sora. Riku? Die Ursache des Bugs ist diesmal vielleicht besser versteckt. Geht klar. Oh Gott, wenn ich jetzt gleich hier schon... Hier gibt es schon neue Schadensbugs nachher. Also neue Gegner dieser Backblöcke. Nämlich Schadensbugs. Zum Beispiel die berührte Schaden. Das ist ziemlich behindert. Memory ist einfach so ein geiles Schwert. Hey. Hey. Ich komme da auch ohne den Show. Dummes Ding. Hey. Sora. Brava Sora. Ha. Puh. Ha. So. Attack plus 3. Geil. Das ist geil. Zack. So muss das sein. Schön mehr Attacken. Ja. Du bist ein Blockbug. Du interessierst mich bei dir. Herzig will. Oh mein Gott. Der will hier hoch. Der will. Hier. 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 Ha. So war hoch da. Und da ist schon wieder so ein Sternblock. Geil. Ja jetzt finde ich all die guten Sachen oder wahrt. Zack. Aber auch besser wenn ich ERD-Bagger und so kriege. Ich wollte da hoch. Ich will auch noch mal rum. Ich will auch noch mal rum. Ich will auch noch mal rum. Beim letzten Teil möchte ich all meine Stärke lieber haben. Weil ihr könnt denken, wer dann auch wieder für den Gegner kommt, wenn wir alle Bugs beseitigt haben. Rät sich mal ein bisschen herum. Außer die das kennen. Ich war euch. Ich bin da mal weg. Ich bin da mal weg, ne? Hehehe. La la la. Wir haben uns nie getroffen. Oh. Dich habe ich aber gerne getroffen. Die treffe ich gerne, Leute. Sehr gerne. Warum? Weil sie mir Stärke geben. Du, 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 du. Hopp. So. Hm. Hm. Das ist aber komisch. Was hast du, Sora? Diese Tür sollte eigentlich nach Traverse Ost führen. Aber ich bin in Traverse Nord gelandet. Der Wack muss den Grundriss der Stadt verändert haben. Wenn ihr vielleicht sollte es sich alles wieder normalisieren. Ich finde deine Ursache. Bin schon dabei. Das ist echt. Was willst du? Wollt ihr? Aha. Aua. Ja, komm schon. Hau mir doch direkt alles rein. Wie ist der geil? Ich muss dich heilen. Boah. Luftrache ist geil. Luftrache ist meine geile Ability. War da noch was? Nö. Dö. Bam. Hier. Bitteschön. Bam. Warum ich während ich mit Memory Schlage Schaden nehme? Das liegt daran, dass ich Zweischneider aktiviere und dadurch nennt man halt Schaden. Aber damit machen wir mehr Schaden. So. Hier rüber. Oh, was willst du denn? Was wollt ihr denn? Bäm. Also die Gegner sind ja noch schnell tot. Was? Oha. Unseren Vorteil. Jetzt haben wir ja schon Luftrache. Nö. Zora, du dummes Kind. Musst jetzt unbedingt Gegner wählen. Die Gegner war jetzt unwichtig. Da oben war der Block wichtiger. Weil in diesen Blocken können jetzt auch Stärke sein. So. Jetzt holen wir uns da drüben auf jeden Fall. Was willst du denn? Bäm. Geh weg. Ich mag keiner. Ja. So. Die Show mir da drüben jetzt. Was wollt ihr von mir? Komm schon, gibst einfach zu. Ihr wollt einfach nur sterben. Ich glaube, ich will es aktivieren, damit das Max weg ist. Und der Rest von euch kann gehen. Dankeschön. Du, 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 du. Oh mein Gott. Das ist Stärke. Jawohl. Hör damit. 40% Stärke. Item. Dich hol ich noch. Ähm. Aero-Resistenz. Sehr gut. Status Matrix. Ähm. Wo ist die? Ähm. Da. So. Darüber. Na. Wo war das jetzt? Da. Hier liegt die Ursache des Bugs für Traverse. Okay. Rein da. Wie viele Ebenen? 1 von 3. 5 Kilometer elektrisieren schaffen wir nicht. Sachen, die ich nicht schaffe, macht einfach nur 100 SP Wette. Da wird sie auch ja nicht viel verlieren. Boah. Du, 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 du. Hopp. So. Da rein. Ah. Was wollt ihr von mir? Ihr wollt doch nur kaputt gehen, ne? Au. Achso. Das sind meine Hassteile da. Ich wollt den Schatten quasi, nicht dich. wenn überhaupt einer war ich habe keine ahnung ich hasse diese anziehen dinge ja da ist einer ja schön der ist aber da oben und die schon jetzt darunter kommt darunter und das darunter kommen war wie tag wo bist du da runter du dummes ding ist dumm war das ist episch du kommst du jetzt ja ich habe er sein brüche ich verstehe nicht warum das so ist und gerade super dran gehalten brauchen wir nicht ich hatte von peter vieles auf hätte ich gebraucht doch lieber vor vorsicht für mit vorsicht sachen holen also genug heilzeug holen anstatt zu wenig mal du kackfie so du bist so ein dummes kind ist wieder von unten anfangen jetzt können wir echt wieder von ganz unten anfangen so dumm so war du bist einfach dumm dumm die art oder jetzt kommst du oder ich war hoch jetzt aber oder ja du dummer auto waffe gehst der war das schon ruhe boah ich lasse mich nicht dran aber ich hasse chance back blöcke die tut immer so weh bist du von mir außer sterben außer dass ich mich jetzt vielleicht ja sicher dann sicher verschwindet so dass du mir so die sachen blockiert sehr nett und gefunden so jetzt treffen dankeschön schon wieder in einem bestimmt wieder ganz oben wetten wir ganz oben oder weg hier oh mein gott schnell weg hier ganz einfach nur schnell weg kann ich will nie wieder so einen herrschlosen haben jetzt fünf länder per abschluss kommando ich glaube das hat sich schon mal ja glaubt schon tauchen hier unten auch gegner auf doch ist das hier ein abschluss kommando moment ist das eins hä hä der meint jetzt auch nicht um mein limit oder boah ihr scheißdinger ihr nervt mich ihr könnt nicht mal ich sterbe bestimmt nicht gegen euch billig herzlosen ja genau kennst du die sterben so bitte schön und danke so du gehst jetzt auch sterben hopp ops ops habe ich ja vielleicht überschätzt mit den sps wenn ja dann war das total dann haben wir verkackt hier bitteschön nochmal für dich dankeschön dankeschön danke hau doch direkt dein ganzes scheißschön auf mich na super jetzt können wir uns heilen hopp ich habe mich mit den sps überschätzt ja und zwar gewaltig äh was bringt das hier mir ähm ähm ja was bringt das denn bitteschön wenn ich hier nicht weiterkomme hä was sollen hier oben sein außer so ein gegner von mir den ich brauche jetzt kommt mir her und ziehen wir nicht schon wieder eine million hp ab das kann ich nämlich gar nicht leiden das regt einfach nur auf wenn die einfach nur die herumspringen der war eine retterlinge drauf was für ein rolle da oh mein gott und was bringst du mir gar nichts oh was bist du für einer wow nein das war falsch ja aber ich würde sagen ich bin jetzt hier den partitern bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss